Wie du als Immobilienmakler den Sprung vom Einzelkämpfer, also der Fachkraft, zum Unternehmer schaffst. Und das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video ganz genau an, denn grundsätzlich musst du eine Sache verstehen und zwar ist das das Thema Evolution. Evolution, das könnte man sagen vom Affen zum Menschen, was wir meinen ist vom Einzelkämpfer zum Unternehmer. Also der erste Punkt ist, der beginnt schon hier unten, dass du einfach als Starter so 10.000 bis 15.000 Euro im Monat stabilen Umsatz machst. Das ist eins der ersten und wichtigsten Ziele. Und dann auch da in dem Moment schon System aufbaust. Also ein System, was andere Menschen übernehmen können, wo andere Menschen nacharbeiten können. Also zum Beispiel wie Leitfäden, wie Checklisten, Vorlagen etc. Dass das alles schon da ist, dass das hier sauber aufgebaut wird. So, dann geht der nächste Schritt los, nämlich der Sprung, der Umsatzsprung sozusagen von 15 bis 30 K im Monat als Immobilienmakler. So, und hier in diesem Bereich ist schon zum Beispiel ein Mitarbeiter, der dir hilft, weil auf Dauer betrachtet, kannst du die Arbeiten nicht alle alleine machen. Wenn wir uns das mal hier angucken, im Bereich Akquise sind zig Arbeiten und Aufgaben zu erledigen, die kann man auf Dauer nicht alleine erfüllen. Zweitens, nehmen wir das Thema Einkauf, genau dasselbe. Also die Alleinaufträge, auch zig Aufgaben, die zu erfüllen sind. Und am Ende natürlich der Verkauf, ich kürze das mal ab, auch hier wieder zig Aufgaben, die zu erfüllen sind. Also in dem Moment, wo du Umsatz machst und wo du das stabil hinbekommst, kannst du dir ohne Probleme einen Mitarbeiter leisten. Und durch System, Struktur, Prozesse, Anleitungen, Vorlagen, können die Leute das nachmachen, was du vormachst. Ja, das ist das alles Entscheidende. Dann kommt der nächste Sprung, ja, dann werden es mehr und dann kommt hier der nächste Sprung, sagen wir mal, bis 50 K. Ja, und auch deine Marketingaktivitäten verändern sich auf jedem Bereich. Und hier, und jetzt kommt dieser ganz entscheidende Punkt, wenn du da bist, ja, dann hast du viele Möglichkeiten. Also das heißt, viele, beziehungsweise ich mache es mal anders, ja, deine Möglichkeiten, ja, werden immer größer, werden wachsen, so kann man es auch sagen, ja. Deine Möglichkeiten werden Schritt für Schritt wachsen, ja, das ist das Wichtigste, um es mal ganz einfach zu machen. Hier lernen, rundes System, was funktioniert und wo du sagen kannst, alles klar, das und das sind die Abläufe, damit mein Laden rund läuft. Dann zum Beispiel die erste Mitarbeiterin einzustellen, zum Beispiel eine Assistenz, die dir dabei hilft, diese Aufgaben hier zu managen, ja. Und dann gehst du Schritt für Schritt ins Wachstum. Und hier bist du schon an einem Punkt, hier bist du schon an einem Punkt angelangt, wenn du das clever machst, wo du mehr am Unternehmen arbeitest als im Unternehmen. Also das ist das Wachstum vom Einzelkämpfer, das bist du jetzt dann, sagen wir mal, hier in der Vorstufe, hier unten, ja, da bist du einzeln, ganz alleine, ja. Und hier fängst du schon an, wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Und ein Unternehmen heißt immer, dass du nicht alleine arbeitest. Und da geht auch kein Weg dran vorbei. Natürlich ist das eine Hürde, die man überspringen muss. Und natürlich ist das auch eine Herausforderung, das ist gar keine Frage. Und natürlich braucht es dafür Wissen. Und natürlich braucht es auch dafür Können und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Das ist alles gar keine Frage. Aber wenn du dich weiterentwickeln willst und nicht permanent im Hamsterrad bleiben willst, kommst du aus der Nummer nicht raus. Und das sind genau die ersten Schritte, die du ausführen musst, damit du genau da auch hinkommst. Und dazu mal was ganz Einfaches, was grundsätzlich besonders wichtig ist. Nämlich hier Nummer eins ist, du brauchst das richtige Wissen. Weil viele setzen das nicht um. Also sie bleiben Einzelkämpfer oder Fachkraft, weil sie, weil sich einfach ein Riesenberg vor ihnen auftürmt. Und weil sie Angst und Sorge haben, das nicht meistern zu können. Also braucht man richtiges Wissen. Der nächste Punkt, der hier wichtig ist, ist die Umsetzung. Also wie mache ich das Ganze? Wenn du so willst, das Wie. Hier ist das Was. Und da ist das Wie. So und last but not least, bringt dir natürlich die Umsetzung nichts. Weil das ist das Schöne der Leute, die jetzt seit langem schon im Markt sind und sagen, Ja, ich bin ja schon 15, 20, 25 Jahre Immobilienmaklerin, ich kann das alles, ich habe das alles drauf. Das ist genau der Punkt. Ja, denn am Ende des Tages geht es auch darum, das unter Kontrolle zu bringen. Was heißt Kontrolle? Kontrolle bedeutet nichts anderes, als etwas zu beherrschen, etwas immer wieder zu tun auf Knopfdruck. Ja, das ist wie eine Routine, wie Autofahren. Ich brauche da nicht mehr drüber nachdenken, wann muss ich welchen Gang einschalten. Das läuft einfach rund. Und diese Dinge sind ganz entscheidend. Also richtiges Wissen eben. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Wie baut man eine Struktur auf? Also wie strukturierst du dein Unternehmen? Also wie soll es aussehen in ein paar Jahren? Das ist der erste Punkt. Dann brauchst du natürlich zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Kundengewinnungssystem. Akquise, Einkauf und Verkauf. Also eine Umsatzmaschine auf gut Deutsch gesagt. Das musst du dir aufbauen, dieses System. Und dann im besten Fall hast du auch noch coole Prozesse, damit du das Ganze wirklich sauber automatisieren kannst. Und wie machst du das jetzt? Das Entscheidende ist, alleine wirst du dich zum Stänzchen laufen. Denn du wirst eben diese Berg- und Talfahrt haben. Du kriegst es alleine nicht gebacken. Also mache ich mal hier kurz weg. Alleine kriegt man es nicht gebacken. Das heißt, man braucht, ich sage mal, gute Mitarbeiter im Unternehmen, die du dir aufbaust. Und da trennt sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen. Nämlich, wie komme ich an gute Mitarbeiter? Denn gute Mitarbeiter bringen viel Umsatz, viel, viel Geld und viel, viel Erfolg. Und schlechte Mitarbeiter kosten Erfolg, kosten Geld und kosten Umsatz. Das ist einfach so. Also muss man direkt von vornherein die richtigen Leute einstellen. Und wenn du die richtigen Leute einstellst, dann bist du sehr schnell in der Situation, dass du eben dein ganzes Tagesgeschäft nicht mehr alleine machen musst. Und in dem Moment kannst du mehr und mehr an deinem Unternehmen arbeiten. Und wenn du genau darauf Bock hast, als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler, dich da aufs nächste Level zu bewegen und genau zu wissen, wo hole ich die Leute her? Wie stelle ich sie ein? Wie arbeite ich sie ein? Wie führe ich sie? Wie schule ich sie? Wie baue ich mir dein eigenes System auf? Dann bist du bei mir ganz genau richtig, denn ich habe eben schon vor vielen Jahren eine Blaupause entwickelt. Es ist wie Malen nach Zahlen. Du musst jetzt nur noch hier unter dieses Video klicken und dein kostenfreies Erstgespräch beantragen beziehungsweise bewirb dich dazu. Und wir unterhalten uns. Wo stehst du gerade? Und was sind die Prozessschritte, die du gehen musst, damit du von der Maklerin, von der Fachkraft, vom Einzelkämpfer zum Unternehmer wirst. Also jetzt einfach bewirb dich für dein kostenfreies Erstgespräch und wir sehen uns auf der anderen Seite und lernen uns schon in Kürze kennen. In diesem Sinne, viel Erfolg dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!